Liebe Kinder aus Heilbronn, liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer, heute beginnt für euch eine spannende, eine hoffentlich auch schöne und aufregende Ferienwoche in Heilbronn. Es sah ja lange Zeit so aus, als würde es überhaupt keine Ferienangebote für Kinder geben können. Ihr wisst, die Corona-Pandemie, die uns seit Monaten in Heilbronn auf Trab hält und die uns große Schwierigkeiten bereitet, einen normalen Alltag zu leben. Der Haigern musste absagen, der Gaffenberg, auch die AWO-Kinderfreizeiten und dennoch ist es gelungen, vielen engagierten Menschen ein, wie ich finde, sehr attraktives Sommerprogramm für die Heilbronner Kinder zu organisieren. Dank natürlich denen, die das hauptamtlich im Rathaus und anderswo getan haben, dank aber vor allem den vielen Ehrenamtlichen, die sich bereit erklärt haben, auf ihren Urlaub zu verzichten oder einfach Zeit zu geben dafür, dass ihr schöne Ferien haben könnt. Ja, ich wäre gerne bei euch, muss allerdings im Rathaus schwitzen, irgendjemand muss ja auch noch in Heilbronn arbeiten. Ich wünsche euch aber wirklich von Herzen eine wunderschöne Woche, egal wo ihr sie verbringt, auf dem Gaffenberg, auf dem Haigern oder in Gemeindehäusern in der Stadt und an anderen schönen Orten. Vielen Dank nochmal allen, die sich bereit erklärt haben, hier mitzuwirken und euch allen eine wunderbare und unvergessliche Woche.